Hallihallo, der Jan hier von Music & Stuff und willkommen zum 9. Dezember, dem Tag 9 unseres Mega-Advents-Spektakels. 9. Dezember ist ja auch der zweite Advent, deswegen werde ich erstmal meine Pflichtschuldigkeit tun, oder wie das heißt, und hier die zweite Kerze von Adventskalender anzünden, ohne mir die Finger zu sehr zu verbrennen. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Ja, aber Schluss mit Tradition. Und jetzt gibt es was Modernes zu gewinnen und heute freuen sich alle Gitarristen hoffentlich, denn wir verlosen heute den Blackstar ID-Core Stereo 10 V2. Und ich werde jetzt mal ein bisschen was zu diesem Amp erzählen, aber ich kann gar nicht alles erzählen, weil der kann einfach viel zu viel. Was man hier schon mal hat, ist ein kompakter 10 Watt Amp mit zwei 3-Zoll-Speakern, deswegen auch das Stereo-Namen, weil man mit dem nämlich einen echt coolen, breiten Stereo-Sound erzeugen kann, obwohl der ja sehr kompakt ist. Ansonsten habe ich hier ein ausführliches Bedienfeld, also Gain, Volume und so einen EQ. Ich kann hier auch sechs verschiedene Grundsounds anwählen, von Clean, Warm bis Overdrive 2. Ich habe hier auch Effekte, Modulation, Delay, Reverb, die ich hier einstellen kann. Hier ist die Gesamtlautstärke. Dann ist natürlich ein Tuner eingebaut. Ich kann aber auch, was ich noch hätte sagen sollen, zu diesen sechs Voices, ich kann hier auch sechs Sounds abspeichern. Doch damit noch lange nicht genug. Der Amp hat auch einen USB-Anschluss. Ich kann den Amp nämlich lustigerweise auch als USB-Interface nehmen. Also wenn man den Amp daheim zum Üben nimmt, kann man die Sachen auch gleich aufnehmen, was ich super praktisch finde. Außerdem kann man seine Sounds über den USB-Anschluss und eine kostenlose Software von Blackstar verwalten. Abgesehen davon hat man hier auch einen MP3-Eingang, um zum Beispiel irgendwelche Songs in diesen Amp einzuspielen und dazu zu spielen. Man kann diesen Eingang aber auch einfach dazu nutzen, um über das Teil Musik zu hören. Das funktioniert nämlich auch erstaunlich gut. Also wenn man mal eine Party macht und ein bisschen lauter Musik hören will, ist das auch eine super Sache. Und man hat aber auch, wenn es denn mal leiser sein soll, hier einen Emulated Output, wo man auch seinen Kopfhörer dran anschließen kann. Um eben auch in Ruhe, also selber hat man es laut, alle anderen haben es leise, üben zu können. Das ist super praktisch. Und was auch cool ist, es ist auch noch die Presonus Studio One Software in der Blackstar Edition dabei. Das heißt, wenn man schon mit diesem Amp aufnimmt und direkt über USB, hat man auch gleich noch die passende Software dazu. Das war jetzt schon mal so grob, was dieser Amp alles kann. Aber bei weitem noch nicht alles. Und wer auch immer diesen Amp gewinnt, wird das sicherlich mal ausprobieren wollen, was der alles kann. Und wenn du der Gewinner dieses Amps sein möchtest, dann geh auf www.musicandstuff.de Klick auf das Gewinnspiel-Banner, folg einfach den Anweisungen und blitzschnell bist du schon einer der Teilnehmer am Gewinnspiel und kannst vielleicht bald schon deine Gitarre in diesen tollen Amp stecken und mal richtig abrocken, obwohl er auch jazzen kann. Ja, dann wünschen wir dem Gewinner schon mal viel Spaß damit und jedem Teilnehmer viel Erfolg. Bis dann, tschüssi! Bis dann, tschüssi!